11.000 Euro in den Sand gesetzt, das ist wieder einmal typisch für eine Regierung, die nur Bürokraten vorne hat. Erinnern Sie sich an meine Top 3 Steuerverschwendung? Man kann das Ganze noch toppen. Der bunte Steuerzahler hat aus Niedersachsen einen Fall rausgekramt, dort wurden 11.000 Euro ausgegeben für einen Wolfskrankenwagen. Ja, richtig gehört, einen Krankenwagen für Wölfe, wenn die mal krank sind oder wenn sie im Straßenverkehr Opfer wurden. Das alles wurde von Experten, von Jägern, auch von uns vorher schon kritisiert, von 2017 bis 2022 mal geschaut, wie viele Wölfe haben denn einen Verkehrsunfall gehabt. 12 Unfälle, kein einziger Wolf davon würde im Wolfskrankenwagen weggebracht, weil alle natürlich vor Ort verendet sind. Denn so schlimm das Ganze ist, 11.000 Euro in den Sand gesetzt, das ist wieder einmal typisch für eine Regierung, die nur Bürokraten vorne hat. Wir würden, wenn wir es mal hochrechnen, eigentlich jedem Weidetierhalter, jedem Schafshalter müssten wir eigentlich einen Anhänger geben, um seine gerissenen Nutztiere abzutransportieren. So viele Risse durch Wölfe haben wir bereits, 4.000 in diesem Jahr. Und das sind die eigentlichen Probleme und keine seltsamen wolfskranken Anhänger. Danke fürs Zuschauen.